Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Säulen der Erde. Ja, wir sind Jack auf die Schliche gekommen, beziehungsweise sind gut dabei. Und wir sprechen mal diesen wichtigen, dreinblickender Gesellten an. Ja. Guten Tag, seid ihr der Baumeister hier? Worum geht's? Ich suche nach einem Mann, der vielleicht hier durchgekommen ist. Ein englischer Steinmetz mit rotem Haar. Er nennt sich Jack Jackson. Ah, ein Rotschopf. Ja, habt ihr ihn gesehen? Er hat vielleicht hier Arbeit gesucht. Ich, ich brauche keine neuen Steinmetze. Wir machen hier nur Ausbesserungen. Aber war er hier? Nein, hab ihn nie gesehen. Und jetzt tretet zur Seite, Vibe, bevor eurem Kind was auf den Kopf fällt. Gibt es noch weitere Bauplätze in Tour? Sicher. Es ist eine große Stadt. Und wo würde ein Fremder am ehesten Arbeit finden? Weiß nicht. Fragt rum. Darf ich mit euren Arbeitern reden? Nein, sie haben zu tun. Und ich kann euch versichern, sie können euch auch nicht mehr sagen. Dann spreche ich mit ihnen, sobald sie ihr Tagewerk vollendet haben. Reine Zeitverschwendung. Ich glaube euch nicht. Tja, das ist euer Problem, nicht meins. Warum wollt ihr mir nicht sagen, was ihr wisst? Schon gut, schon gut. Er war hier. Wollte für mich arbeiten. Aber ich musste ihn nach ein oder zwei, drei Tagen rauswerfen. Warum? Weil er immer nur wollte, wollte, wollte. Lasst mich das Dach neu entwerfen. Lasst mich das Hauptschiff heller machen. Alles tolle Ideen. Aber immer nur Gerede, statt mal das zu machen, was er machen sollte. Scheiße, der Kerl war fast so quengelig wie mein Sohn, als der noch ein kleiner Bengel war. Er weiß schon eine Menge über sein Handwerk. Ich kenne Steinmetze wie ihn. Hochbegabt, aber ohne einen Funken Disziplin in sich. Mit so einem kann ich nichts anfangen. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Keine Ahnung. Vielleicht nach Limoges oder Anjoulême. Vielleicht sogar nach La Rochelle. Er hatte große Pläne für jede Kathedrale auf Gottes Erdboden. Aber keinen für sich selbst. Ich verstehe. Dann störe ich euch mal nicht weiter. Bon voyage, madame. Geht doch. Okay, wo gehen wir zu nächstes hin? Ähm... Wir hatten gerade Tour verlassen, als mir plötzlich schwindelig wurde. Ich hielt an und machte Rast, um wieder zu Atem zu kommen. Dann erbrach ich mich in einen Graben neben der Straße. Zu meinem Entsetzen war unser Baby auch blass geworden. Sein Atem ging flach wie der eines alten Mannes. Ich gab mir Mühe, nicht in Panik zu geraten. Aber die nächste Herberge war Meilen entfernt. Und wir konnten nicht auf der Straße bleiben, wo es nass und kalt war. Als wir wieder in Tour waren, wurde das Fieber schlimmer. Ich erinnere mich, wie die Leute mich in einen Raum trugen und auf ein Bett legten. Ich versuchte, mein Kinn zu stillen. Aber an alles danach kann ich mich nicht mehr erinnern. Als ich erwachte, stand Jack neben meinem Bett. Oh je. Je weiter ich lief, umso wütender wurde ich. Jahrelang hatte ich für meine Familie gekämpft. Ich hatte meinem Vater einen Eid geschworen, ein Geschäft aufgebaut, um ihn zu erfüllen und sogar einen Mann geheiratet, den ich verachtete. Nur um allen anderen Menschen zu helfen außer mir. Ich hatte immer nur meine Pflicht gegenüber den Männern in meinem Leben gekannt, während der Mann, den ich zu finden versuchte, der in Wirklichkeit noch ein Junge war und nicht einmal imstande, sich selbst zu finden, ein sorgloses Leben führte. Er zog in der Welt umher, um Mathematik und Philosophie zu erlernen, während ich das Kind aufziehen musste, das er gezeugt hatte. Wann kann ich je etwas für mich selbst tun, fragte ich die Welt, als ich weiterzog. Ich war im Kreis gelaufen, den ganzen Weg bis zum Ende der Welt und zurück, nur um zum Ort unseres Scheiterns zurückzukehren. Mit geschlossenen Augen lauschte ich dem Klang reißenden Garns und bröckelnder Mauern und von Wagen, die gute Menschen in einer Wolke roten Staubs davon trugen. Oh Gott, was ist passiert? Als ich das letzte Staubkörnchen gelegt hatte, öffnete ich die Augen und fand mich wieder in einem schmutzigen kleinen Raum. Eine alte Magd saß neben meinem Bett und lächelte mich an. Dann reichte sie mir meinen Sohn. Oh lieber Gott, er sah so blass aus. Je mehr ich ihn zu wärmen versuchte, desto kälter fühlte er sich an. Oh bitte, lieber Gott, lass ihn leben. Bestraf ihn nicht für meine Sünden. Ich streichelte zärtlich seinen Kopf, bis er schließlich das München an meine Brust legte und trank und trank immer mehr, mit jedem Schluck gieriger als zuvor. Wir waren beide verschont worden. Wir ruhten einen weiteren Tag, dann packte ich meine Sachen und suchte die Kathedrale erneut auf. um Gott für seine Gnade zu danken. Gott sei Dank, ey. Ich sollte Gott dafür danken, dass er das Leben unseres Kindes verschont hat. Ich danke dir, lieber Gott. Jetzt langsam hochziehen. Dass du mein Kind gerettet hast. Ich danke dir für... Nicht loslassen, bevor ihr fertig seid. Aber warum erweist du mir Gnade? Ich habe alle verraten, die mir lieb waren. Ich habe Jack verraten. Und meinen Bruder. Und wenn ich nie zurückkehre, würde ich auch den Eid brechen, den ich Vater geschworen habe. Es ist nur... Es ist nur, dass ich das Gefühl habe, ich hatte nie ein eigenes Leben, weil ich immer nur für andere gekämpft habe. Und jetzt kämpfe ich vielleicht zum ersten Mal nur für mich selbst. Vielleicht sollte ich ja zurückgehen und helfen, Kingsbridge wieder aufzubauen. Vielleicht liegt Jack inzwischen sogar nichts mehr an mir. Amen. Was ist denn, Malta? Das kennen wir doch irgendwoher. Das kenne ich doch. Großartig, nicht wahr? Der Mann, der das gemacht hat, hatte es wirklich in sich. Das ist wahr. Das hatte er immer. Oh, ihr kanntet Monsieur Jacques. Ja, aber es ist eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal sah. Es ist eine Schande, dass der Meister ihn gehen ließ. In nur einem Monat hat er so viele Dinge vollbracht. Der Baumeister sagte, er hätte ihn nach nur drei Tagen entlassen. Ach ja? Nun, vielleicht redet er sich das selbst ein. Die beiden haben sich von Anfang an nicht verstanden. Um die Wahrheit zu sagen, alle glauben, er fürchtete um seine eigene Stellung, wenn jemand wie Jacques mit dabei war. Das letzte, was er machte, war, diesen Kragstein zu meißeln. Es war das Einzige, was der Meister ihn machen ließ. Und als er damit fertig war, hat man ihn weggescheucht. Euer Meister sagte, er hätte keine Disziplin. Ich will euch etwas erzählen. Jacques hat sehr hart daran gearbeitet. Er hatte vielleicht ein ungeduldiges Gemüt, aber man konnte sehen, dass er dagegen ankämpfte. Diesen Stein zu bezwingen, war sehr wichtig für ihn. Oh, das verstehe ich sehr gut. Wisst ihr zufällig, wohin er gegangen ist? Er wollte dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela folgen. Dem Camino? Dem Jakobsweg? Er sagte, vielleicht würde er dort jemanden finden, der seinen Vater kannte. Nur noch eine Frage. Wie ging es ihm, als er euch verlassen musste? Hm. Darüber habe ich nie nachgedacht. Seltsam erleichtert, würde ich meinen. Er schien bereit, für etwas Neues zu sein. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Gern geschehen. Und viel Glück auf eure Reise. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Danke für die Tippe. An einem fernen Ort. Ist es nicht seltsam? Immer wenn man aufhört zu suchen, trifft man auf die merkwürdigsten Dinge. Wie diese drei Maschinen, die einer meiner Händler aus Bagdad hergebratet. Oh nein, ist das wieder eines von deinen Banu Musa-Spielzeugen, Rashid? Das sind keine Spielzeuge, Adriel, sondern Objekte wissenschaftlichen Erfindergeists. Mein geschätzter Freund aus dem Norden soll es erklären. Jack, wenn ich bitten darf. Ähm, okay. Als erstes möchte ich eure Aufmerksamkeit auf diesen prächtigen Singvogel auf dem Tisch lenken. Und dann auf den wundersamen Esel neben dem Eingang. Hm, wenn ich so darüber nachdenke, warum bewahrst du dir die Lady nicht bis zum Schluss auf? Sonst könnten die anderen beiden Geräte im Vergleich blass und simpel erscheinen. Einverstanden. Aber das Erstaunlichste von allem steht zwischen den beiden. Die Statuette da? Haha, genau. Aber eins nach dem anderen. Soll Jack entscheiden, was zuerst vorgeführt wird. Äh. Was denn? Er ist zu schwer. Er lässt sich wohl gern Zeit, was? Was denn? Äh, das ist da hin, oder? Und jetzt? Jetzt müssen wir etwas Wasser hinzugehen. Es ist so schön, dass man weinen könnte. Hört nur. Die Banu Musa. Die Banu Musa Bruder sind drei gelehrte persischer Herkunft, die in Bagdad des 19. 9. Jahrhunderts gelebt haben. Sie sind bekannt für das Kitab Al-Hial, eine groß industrierte Sondung mit inschanische Geräte und Automaten. Diese Automaten wurden größte Zeit zur Unterhaltung entworfen, aber beinhalten innovativste Technik. Die Brüder haben ebenfalls Bücher über Astronomie, Astrologie und Geometrie geschrieben, wobei letzteres einen Einfluss in der islamischen und europäischen Mathematik hatte. Ist das nicht schön? Wie funktioniert es? Vielleicht ist es ein Wunder. Genau. Sag du es Ihnen, Jack. Äh, erkläre es. Im Innern ist ein Rad versteckt. Es dreht eine Achse und die wiederum hebt und senkt eine Folge von kleinen verborgenen Zylindern. Diese Zylinder bewegen sich wie Finger auf einer Flöte. Aber wer bläst die Flöte? Dampf. Dampf? Ja, aber erst nachdem ich die Verbindung zwischen Kessel und Ruhr geöffnet habe. Die Kraft des Dampfes. Ausnahmsweise muss ich beipflichten. Das ist brillant. Natürlich. Natürlich. Es wurde schließlich von einem Moslem geschaffen. Lasst uns nicht vorschnell sein. Was hast du noch, Rashid? Möchte noch jemand etwas Tee? Danke, Tochter. Wir werden etwas trinken, sobald Jack mit unserer Vorführung fertig ist. Darf ich zusehen? Aber sicher. Also, wer ist dieser Mann, Rashid? Jack ist ein Freund des Hauses. Ein brillanter Kopf, ein gelehrter und ein begabter Künstler. Gestern erst hat er mir Euklid erklärt. Was ist das? Ein Grieche, der ein Buch namens Die Elemente der Geometrie geschrieben hat. Ich könnte dem Mann den ganzen Tag dabei zusehen. Die Ägypter haben es ins Arabische übersetzt und die Engländer übersetzen es jetzt in Latein. Jetzt beobachtet den Kopf. Nur noch einen Moment. Da. Habt ihr gesehen? Er hat gekotzt. Rashid, das ist widerlich. Ach, mitnichten. Könntest du bitte erklären, wie es funktioniert, Jack? Seht ihr die Schale, die auf dem Wasser schwimmt? Im Boden der Schale ist ein kleines Loch. Dadurch füllt sich die Schale langsam mit Wasser. Sobald sie voll ist, sinkt sie auf den Boden und zieht an einem Faden, der den Ball auf ein Gewicht fallen lässt. Dieses wiederum zieht die Schale wieder hoch und leert sie dabei. Und so den ganzen Mechanismus neu aufzieht. Wenn man das Ganze perfekt abstimmt, könnte man ihn jede Stunde einen Ball fallen lassen. Und dann hätte man eine Uhr. Gute Idee. Für mich ist es trotzdem bloß ein kotzender Esel. Zeig uns mehr, Rashid. Man könnte die beiden verbinden und eine singende Eselsuhr bauen. Ein Lied nach jeder Stunde. Eine reizvolle Idee. Nicht wahr? Du könntest so etwas sicher konstruieren. Das wäre unfair. Es ist deine Erfindung. Ich würde sie dir überlassen. Oder wir könnten sie zusammen entwickeln. Du hast uns immer noch nicht diese Statuette gezeigt. Stimmt. Jack, wenn ich bitten darf. Äh, ein Schuss ist ein Stein ohne einen erkennbaren Mechanismus. Niemand weiß, wie sie funktioniert. Oh, das wird euch gefallen. Schaut nur. Ich muss sie an kühlen Ort stellen. Und was jetzt? Habt Geduld. Aber schaut nicht weg. Es dauert ein bisschen, bis sie was? Hm? Sie weint? Ist das nicht unglaublich? Nein, es ist befremdlich. Rashid, was geht hier vor? Was vor? Wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Rashid, bitte. Wir alle wissen, dass es kein von Menschen geschaffenes Wunder gibt. Und dieses Stück Holz ist offensichtlich von Menschen geschaffen. Ich bin ganz eurer Meinung, Freunde. Aber bislang hat keiner von uns eine Erklärung. Alles, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass ihre glasigen Augen Tränen vergießen, wenn man sie vom Warmen ins Kalte stellt. Wie eine Pflanze bei Sonnenaufgang? Wie Tau. Der einzige Unterschied ist die Oberfläche. Das ist alles. Sie hat Recht. Natürlich wollte ich euer Gespräch nicht unterbrechen. Aber wenn sich erklären lässt, warum sich Tau auf einer Pflanze sammelt, kann man daraus erschließen, warum die Frau weint. So, wer möchte denn jetzt eine Tasse Tee? Ich gerne. Deine Tochter ist ganz schön klug, Rashid. Eine wahre Gelehrte. Ich weiß, manchmal wünschte ich, es wäre nicht so. Das würde es einfacher machen, sie zu verheiraten. Oh, ich bin sicher, das Problem wird sich auch bald lösen. Vielleicht entsteht der Tau aus unsichtbarem Wasser in der Luft. Wasser, das verborgen bleibt, wenn es heiß ist. Auf dem Jakobsweg. Drei Monate später, oder was auch immer da stand. Die Pilgerwege in Frankreich kamen in Osterbad zusammen, am Fuße der Pyrenäen. Dort schwoll die Gruppe von etwa 20 Pilgern, die mit mir gezogen waren, seit ich Tour verlassen hatte, auf um die 70 an. Einige waren betuchte Bürger, andere wahrscheinlich auf der Flucht vor dem Gesetz, ein paar Trunkenbolde und mehrere Mönche und Geistliche. Überall waren die verschiedensten Sprachen zu hören, darunter Flämisch, ein deutscher Dialekt und eine südfranzösische Sprache namens Ock. Dennoch verstanden sich alle gut. Und als wir die Pyrenäen überquerten, sangen sie, spielten Spiele, erzählten Geschichten und einige hatten sogar Liebesbeziehungen. Während unser Baby und ich uns meist zurück hüten. Ganz schön frech, die mit ihrem Kind. Still jetzt. Nein, naja. stillet Christ. Richtig, dreist. Richtig, dreist. Richtig, dreist. So, Willatli ist ein bisschen rum, aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Stimmt doch, oder? Pst, jetzt ist es aber gut.